Hallo, mein Name ist Jens Stratmann, ich bin Verkäufer im Autohaus Boomeister und möchte euch heute einen schönen Familienwerden anbieten. Es ist ein Seat Alhambra in der Ausstattungsvariante F-Airline. Er ist eine Großraumlimousine und ist ausgestattet bei diesem Modell mit elektrisch bedienbaren Schiebetüren, was natürlich schön ist, wenn man mit Kindern unterwegs ist und das Ein- und Aussteigen wird dadurch erleichtert. Sie sehen das praktisch, sehr komfortabel, gut zum Ein- und Aussteigen. Zu dem Fahrzeug gehören natürlich die Sommerräder, die jetzt angebaut sind mit Alurädern und auch ein Satz Winterkompletträder. Wenn wir jetzt hier weiter rumgehen, ist es natürlich wichtig, wenn man mit der Familie verreist, dass man einen großen Kofferraum hat. Das Modell ist mit fünf Sitzen ausgestattet. Die Sitze kann man natürlich auch noch nach vorne klappen, aber Sie sehen, ein großzügiger Kofferraum. Und zu dem Modell gehört auch noch, was jetzt nicht angebaut ist, ein abnehmbarer Anhängerzug. Wenn wir jetzt hier weiter rumgehen, sehen wir im Innenraum, es ist keine komplette Rücksitzbank mehr. Es sind drei einzelne Sitze auf der Bank und die man einzeln hin und her verschieben kann, je nach Größe, so wie es erforderlich ist. Jetzt sind wir im Innenraum, das Fahrzeug. Also das Auto ist ausgestattet mit einem zwei Liter Dieselmotor mit, wie man sieht, mit einem Automatikgetriebe und 135 kW. Die Erstzulassung ist von Januar 2017 und der Kilometerstand sind 78.000. Weiterhin zu sagen ist, das Auto hat ein Navigationsgerät. Es ist mit Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer ausgestattet, eine Klimaautomatik, eine Freisprechanlage, ein Tempomat und ein automatisches Fahrlicht. Das heißt, wenn es dunkel wird oder schlecht Wetter, dann geht das Licht automatisch an. Man sieht die FR-Ausstattung, es ist mit roten Ziernehmenden, das Lenkrad abgestimmt und natürlich auch die Sitze, die an der Seite etwas verstärkt sind und dort in Leder, also in Alcantara, eine Ausstattung. Wenn wir Sie für dieses schöne Familienauto begeistern können, können Sie uns gerne anrufen. Wie gesagt, mein Name ist Jan Strattmann oder unser gesamtes Autohausteam. Eine Probefahrt ist jederzeit möglich. Rufen Sie uns einfach an und machen Sie einen Termin mit uns. Wir würden uns sehr darüber freuen. Dankeschön, bis demnächst. Tschüss. Tschüss.